Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde Warface. Heute wieder nur mit Alex. Hallo. Was war? Link zu Warface in der Videobeschreibung. Wir spielen heute in Just for Fun noch mal eine Runde Team Deathmatch. Also wir duellieren uns in dem Fall jetzt nicht. Ich weiß nicht, was Alex spielt. Doch, wir duellieren sogar. Ich spiele eine Shotgun. Ich spiele heute Shotgun-Only ohne Aufsätze, weil die keiner hat. Einfach so, um das mal, ja, keine Ahnung, Just for Fun, ob wir immer noch rocken können. Wir duellieren uns. Oh, shit. Alter, hab ich viel Damage gemacht. Wie, du bist im Gegner-Team? What the fuck? Ja, ich bin im Gegner-Team. Ich hab dann gesagt, wir duellieren uns. Bist du rübergegangen? Nee, ich wurde hier gespawnt. So duellieren wir uns natürlich. Alles klar. Ich weiß auch nicht, warum ich da gespawnt bin. Ah, da liegen 100 Claymoors. Bei euch auch? Lol, er rusht da durch. Er ist dann wieder durchgerusht. Wir spielen auch noch die schlimmste und kleinste Map ever. Aber das ist halt vielleicht auch ganz gut für Shotgun-Only. Ähm, ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch selber Warfiers nochmal anschauen wollt, ihr kennt ja, ihr wisst ja Bescheid. Wir werden auch sicher nochmal den Battle Royale-Modus einfach mal spielen. Boah, ich muss hier wieder reinkommen, ey. Nein. Quart killed. Hau ab. Du, das warst du. Ja, das warst du. Ja. Ah, das war nicht deine Granate. Ja. Ich dann. Junge, ich war im Uff. Ja, was ist hier gesmoked? Finde ich unfair. Oh oh, jetzt kommt hier goldene Shotgun, greift auch mich an. Die goldene Handgranate kommt zu dir. Goldene Handgranate? Ich zeig dir mal. Soll ich dir nochmal Halloween-Special aufs Auge drücken? Alter, was soll denn das? Diese Zahl killt mich immer. Ich drück dir jetzt nochmal ein Halloween aufs Auge, ey. Ich bin ja dann tot. Ich komme jetzt wieder nach vorne. Guck mal, da bin ich. Ich bin low. Nein, ich wollte den Claymore hinlegen. Leute, du denkst, wie du wegfliegst. Der hat auch die goldene Shotgun. Die Wild West, ey. Ist das die Wild West Sache? Das ist die Wild West Shotgun, ja. Ich kann dich nicht haben. Die kannst du auch haben, ey. Investier mal einen Euro. Junge, es geht voll ab hier auf dem Match. Oh, Sniper. Das wäre unfair. Ich lade ihn hoch. So. Ach, jetzt. Die Zahl. Ach, du meinst, der U irgendwas hat dich immer gekillt. Aber einer von denen, die sie nicht mal in ihr Count-Namen eingegeben haben. Das ist aber schlecht, Alex. Überall Handgranaten. Dadurch, dass ich dich mit der Nate gekillt habe, dachte ich, der Gegner, der vor mir stand, den hätte ich erschossen und habe aufgehört zu schießen. Weil mein Name ja oben rechts statt. Alter, die spielen alle die Schotti. Ja, Alter. Ist doch die perfekte Map gerade dafür. Wieso höre ich eigentlich so früh auf zu schießen? Das fühlt sich so anders wieder an, alles. Das ist so ungewohnt immer. Wir dürfen nicht so viel wechseln. Alex, du kassierst jetzt. Aua. Was soll das denn? Es war so geil, dass auch du um die Ecke kam. Was soll denn die Scheiße? Du hast einen kompletten Backflip gemacht und deine Leiche ist stehen geblieben. Was soll das denn? Ich werde auch auf in der Karte stehen. Was soll das denn? Hör doch auf in der Karte. Da sind alle links, ich will spawnen. Nein, das ist jetzt vorbei. 75 oder? 75 ist Ende? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es geht auf jeden Fall noch weiter. 100 oder? Das ist so doof. Das hier ist ein reines Rumgeballern. Mit der Shoddy. Ich bin hochkonzentriert. Da ist... Ich hab sie noch. Oh, guck dir das an. Hast du das überlebt? Ja, ich hab sieben Leute gegeben. White, white, west. Das ist doch alles scheiße. Oh, da wurde ein Halloween-Nate. Oh, der Double. Wieso holt wir den nicht auf? Ja, weil ihr schlecht... Ach, wir rocken doch. Dude. Du bist du mit deiner Pumpgun. Haha, ich bin ein Nate-Killer. Alex? Ja. Da bist du! Stopp! Was? Du hast ein ganzes Magazin gepressen. Ich hab auch echt wenig AP. Ich steh jetzt woanders, Alex. Hey! Wie denn? Guck dir echt nochmal in die Ecke, ey. Ja, natürlich. Ich hab dich gesehen. Ach, Quatsch. Aber ich wanders mit dem Movie. Frank out! Alter, hier sind überall... Ja, hier ist alles. Hahaha. Boah. Aua. Steht ja noch in eurer Base, ja? Obwohl ihr fühlt. Jetzt aber lab. Alter. Ich geh auf Long Range. Läuft! Puh! Wie die alle wegfliegen von der Handgranate oder Pumpgranate oder was da immer rumfliegen. Was ist denn das? Na, keine Ahnung. Was ist die Schotty, die die Leute so wegfliegen? Die fliegen alle weg. Was? Du warst längst um die Ecke. Ach. Was hab ich eigentlich für einen Ping hier? Ach, das sieht man ja hier gar nicht, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh nein, nein, nein. Team. Warum sehe ich immer nur Rot-Kilt-Weiß? Falsch. Ey. Ey, Mann. Okay, bei euch bin man leider jetzt nicht mehr in die Base. Da steht echt ein Typ mit einem Scharfschützengewehr in der Spawnschräge. Ja, bei euch auch. Ach so, in der Schräge? Also, da wo du halt einfach startest. Deine Handgranaten jedes Mal. Ich bin Grenadier. Jetzt liegen wir mittlerweile schon 30 hinten. Das ist aber doof. Das ist ein doof. Oh, da sind drei Stück von euch. Hätte ich die Granade da reingeschmissen. Wie lustig ist einfach, wie die Leute die ganze Zeit mit der Pumpgun hier rumrennen. Ich finde das viel geiler, wenn du von der Pumpgun gekillt wirst, dass das Ragdoll-Ding den Schmuck mitnimmt. Alex? Nein! Nein, nein. Da hat er dich gerettet. Nein, gerettet nennt sich das. Du warst am Arsch. Die Bits hat er mir das. Alter, wie viel? Macht die nen One-Shot eigentlich? Auf die richtige Distanz, ja, ansonsten zwei. Aber du kannst halt super schnell schießen. Okay. Keine Aufsätze, ne? Nicht mal Kippe und Kor, die ist blank. Ende. Oh, zwei Kurve. Gutes Stats, Alex. Ja, da haben wir wieder ähnliche Stats gehabt, wie immer. Ja, komm, lass noch mal hier was voten. Wo du jetzt? Nicht Storm, bitte. Nimm irgendwas anderes. Die wollen, die wollen noch mal. Dann nehmen wir noch mal das Depot. Dann nehmen wir noch mal das Kartenarten-Depot. Guck mal, ich hab ne Maske auf. Ja, daran hab ich dich immer erkannt, um die Schotten ins Gesicht zu drücken. Wieso lauf ich da auch lang, wenn du fragst, wo ich bin? Das Geilste war, wo ich ja zweimal in dieser Wand stand. Explosive Kills 10. Hast du? Hast du Dings gelegt? Ja, 10 Leute genaded. Ne, nur Granaten. Ich hab ja keine Clay, ich bin ja Medic gewesen. Was ist denn jetzt eins? Oh, war ich neu. Ja. So. Achso, jetzt dauert es ja wieder. Ein Aufsatz noch, dann hab ich alle Attachments. Hey, jetzt sind wir wieder im gleichen Team. Ja, ja, wir waren, glaub ich, in ne laufende Runde gekommen. Und da war nur, ähm, in einem Pro-Team nur Platz für einen. Deswegen müssen jetzt erstmal kurz alle gehen. Mhm. Und dann ist Ready-Up-Action. Man, das ist schön, das ist eine Kleinigkeit, aber das find ich in so einem Spiel gut, dass du siehst, wer zusammenspielt. Woran sieht man das denn? Die Klammer links neben den Namen. Der Tomex und der Dolman im Gegenteam ist auch ein Pre-Made-Team. Und der Dolmanx hat keinen Banner. Dolmanx hat er keinen? Doch, hat er doch. Echt, hat er bei mir. Wenn ich da mit der Maus übergehe, hat er nix. Nur der Tomex. Stimmt, der Dolman, der hat gar nichts, ey. Ist aber schlecht. Die Klammer. Der Spartan hier bei uns hat einen coolen Banner mit der Pfanne. Also das sieht so unter uns. Sieht so aus wie ein durchgängiges Bild. Es passt gut zusammen. Die Hand. Ja, und die Pfanne. Und die Pfanne. Jetzt geht's los. Wieder als Euro-Depot. Oil-Depot, Mann. Und der Pot. Jetzt wurden wir zusammengelassen. Also das war wahrscheinlich wirklich eine Laufende, ne? Das hatten wir doch, glaube ich, am Anfang schon relativ schnell rausgefunden, dass das immer das Problem ist, wenn du in laufende Matches kamst. Ich finde das System aber dann wenigstens ganz gut, dass er nicht so in das Spiel steckt, anstatt zu sagen, ja, kein Server gefunden, weißt du? Ja. Dass du dann nächste Runde zusammenspielen kannst. Aufwärmrunde sozusagen und dann geht's ab. So, jetzt das Granatendepot. Wir haben gerade, wir waren beide erst in unseren Teams. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich das Match voll rocken. Jetzt müssten wir gewinnen. Außer die haben jetzt so einen richtigen, krassen Typen drin. Ich hab noch mal vorsichtig geguckt, ob wir wirklich in einem Team sind. Ah, jetzt sind wir von der anderen Seite hier. Du hast ein Pfeife-Vorteil. Ich nicht, du Pfeife. Weil du. Hä? Wo sind denn die Gegner? Alle mit einer Sniper hinten in der Base, glaub ich. Sind wirklich da hinten. Die sind echt, die... Hä? Wo sind die alle? Die saßen echt noch in der Base. Die waren noch nicht ready. Jetzt sind die ready. Achso, die haben wir gekauft, oder? Ja, der Flow. Ja, der Flow. Also jetzt geht's, glaub ich, erst los. Warm-up. Jetzt hoffe ich, dass die da rauskommt. Warum sind wir so weit vorne? Nee, sind immer noch Sniper. Toll, Alex. Mein Kill war das. Ist der auf seiner Weste? Ah, die sind ja... LOL, die sind ja... Die haben ja voll die Sniper-Points da drüben. Ja, der ist doch da oben drauf. LOL, da ist einer oben drauf. Ja, genau. Ich wollte mit der Fingerpistole töten. Das ist der Dollman, Alter. Der steht hinten in der Base oben. Da muss er erst mal drauf klarkommen, ja? Wir hatten ja echt Glück mit der einen Runde gerade. Alter, hast du den goldenen Rauch geworfen? Ja. Oh, da ist der Teufel rausgekommen. Hast du das gesehen? Alex. Du kannst den Rücken frei machen. Alter. Hilfe. Hallo. Wow, du musst auch in eine Richtung gucken. Überall. Beide in eine Richtung. Oh, die haben Spawn-Protection da. Ja, die haben Spawn. Ich glaube, wir waren auch Sniper, ey. Jetzt soll das ein taktisches Match jetzt werden, ey. Nachdem wir ja am Anfang so viel Action hatten. Granate. Long-Range-Brenades. Jawoll. Double-Kill auf die Sniper. Tomex und Dolman. Das pre-made Sniper-Duo, ey. Alter, wird so schnell die Füße noch vorbeigefunden. Okay. Oh, lol. Noch einer low. Und links davon noch. Ja, Mann. Ich wurde weggesniped. Dann nade ich wieder. Kann ja gar nichts, ey. Wenn er wieder da oben drauf sitzt. Ja, das ist gut. Und... Ja, da habe ich beide gekillt mit einer. Don Carlos. Das hat dann ja neben geschnippt. Goldene Smoke. Alter, ein taktisches Vorgehen. Alter. Zwei Stück oben. Einer unten im Spawn. Echt krass. Das ist echt krass. Aber wir machen das. Jetzt kommt einer von hinten mit der Pumpkan auf einmal. Der kommt dagegen. Ne, ist ein anderer Dude. Warum holt der gerade alle? Wo ist der? Der Pumpkan-Typ lebt, glaube ich, noch. Hier ist nix. Hm, keine Ahnung. Einer ist weg davon. Ja, ja. Ich habe auch einen. Ich habe noch einen. Sniper hinten rechts in der Base. Ich will nicht Snipern. Das ist nicht die Sniperaufnahme. Die Sniperaufnahme soll beim nächsten Mal kommen. Das ist die Shotgun-Aufnahme. Don Carlos stürmt die Base. Junge. Don Carlos ist kund. Wo wird wieder geschnippt? Ist er lame. Ich werfe jetzt einfach mal Smokestad da vorne. So. Der hat einer meiner Ecke geklaut. Ich sehe es. Reiß dann selber nichts. Hast du den Don? Äh, Don habe ich. Und ein Double-Nade-Kill wieder. Hinten rechts sitzen sie wieder. Okay, wir machen das jetzt richtig taktisch hier, den Shit. Okay, wir machen das jetzt richtig taktisch hier, den Shit. Also, ja. Ich nicht. Ich mache eine Nate. Lass mich sterben. Nein, Quatsch. Komm, Dolman. Oh, Shit. Der Dolman ist noch links hinter der Wand. Links? Du machst das. Ja, also wenn du um den Container rumgehst, würdest du direkt. Einen habe ich davon. Nein. Lol, da kann man auch noch hin. Man kann ja überall hin, habe ich das Gefühl. Wieso geht das? Das geht bei uns ja auch. Ja, ich habe noch nicht gesehen. In deren Base haben die auch noch links so eine Ecke. Ich dachte, da, wo wir gerade standen, war Mapende. Oh, Shit. Oh, Leute, wie viele Nate geht es oben. Alex hat sich selbst gekillt, der Loser. Ja, lieber mich selbst, als dass er den Kill kriegt. Da steht ein Typ. Wo denn? Tom Hanks oder was? DJ Tom Hanks ist da. Tom Hanks ist am Mic, Alter. Wie viele sind denn da immer? Die rennen da irgendwie alle hin und her, voll plachenlos gefühlt. Ich glaube, die verstehen die Map nicht. Wo bist du? Da bist du tot. Ja, da kam er wieder um die andere. Äh, Tom Hanks. Alter, wir sind nur noch sechs Killz vorne, weil wir halt echt reinrennen. Wir machen denen das Spiel halt auch noch echt leicht. Mit ihrer Loser-Taktik. Nein, gerade schon. Was ist denn das? Die Triple Orca, ey. Oh, jetzt kommt auch die... Ach nee, das ist der Dreamster. Der hat die goldene Schotty. Der Kill war nice, Alter. Los, zieh die Rüstung an. Alter, was geht denn jetzt ab bei euch da vorne? Oh, jetzt ist er. Die drei... What the fuck? Da kommen richtig viele bei dir jetzt. Na, Lu, ich werf eine Handgranate zu dir. Ich hab drei Leute geholt, ey. Das waren wieder gute Points. Oh Gott. Das ist ein Match. Das ist ein real Match. 100, ne, waren es, glaube ich, oder? Ne, es waren mehr als 100. Aber in zwei Minuten ist Ende. Aber es ist knapp. Oh nein, jetzt holen sie wieder auf kurz. Von hinten. Brutali. Okay, okay, okay. Zwei für einen wieder. War ein guter Run. Wieder rein, wieder rein. Dann machen wir eine schicke Nate hinten rechts. Zack. Hier wird die gute Cat. Dann noch der Orca-E-Finisher. Überall diese Handgranaten und... Wieso hab ich mich schon wieder selber gekillt eigentlich? Was ist das? Was soll das? Weil du hast mir eine Claymore gelegt. Warum wird da gewohnt kickt? Für Sniper oder was? Rambos unterwegs. Alex. Wo bleiben die Nate-Kills, Alter? Alter, der Schwupp. Überall da hinten an jeder Ecke steht irgendeiner. Diep. 108. Okay, jetzt kommt ein Nate-Kill. Pass auf. Ja, der wird gut. Ich hab's gebrochen. Ah, okay. Ein One-for-One wieder Sack-Doch-Borg. Alex, lebst du noch? Ja. Schau mal auf, da kurz was zu killen. Was ist da hinten? Alex. Ich bin hinter dir. Mal, jetzt kommen die sicken Kills. Das ist echt krass. Der eine Typ steht wirklich immer in der gleichen Position da und bewegt sich nicht mehr, ne? Hallo, du brauchst noch zwei Kills. Hast du? Halt's Maul. Alex, hör auf. Jetzt brauch ich einen Quad-Nate-Kill, please. Nein. Oh, der Sniper hat eine Assi-Position. Position vor allem. Los, Rem. Rimmel M. Ah. Die Granate. Ja, das war gut. Nein, die war schlecht. Ich weiß, wo sie stehen. Nur noch 100 Meter. Ich geh jetzt erstmal den Typen, der da oben steht. Die ganze Zeit, ja? Soll ich den Sniper eben naden? Gönn dir. Nein. Wir waren wenigstens Platz 1 und 2, ja? Leute, der nächste Nummer 10. Nice Hex Xelena. Okay, bist du Xelena? Ja, ich bin Xelena. Leute, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Hättet gerne einen Like, dann schaut euch Warface an. Den Link in der Videobeschreibung. Guckt bei Alex. Ich hoffe, ihr seht mal zu. Ciao. Ich hoffe, ihr seht mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017